Wenn man in Camtasia eine Audiospur bearbeiten möchte, ist es sehr hilfreich, wenn man die Audiospur gut erkennen kann. Das erleichtert das Arbeiten am Audiomaterial. Zum einen kann man durch Zoomen und das Verbreitern der Spur die Audiospur vergrößern. Darüber hinaus gibt es unter dem Menüpunkt Bearbeiten in den Optionen die Möglichkeit, die Wellenform in der optischen Darstellung als gespiegelte Wellenform anzuzeigen. Mit dieser Ansicht lässt es sich dann viel besser arbeiten. Nun sind auch Störgeräusche sichtbar und selbst Rauschen könnte man jetzt in der Spur sichtbar machen. Wenn Sie mehr über Camtasia erfahren möchten, schauen Sie sich auch weitere Tutorials von uns an.